Hey, ähm, ich habe im letzten Part von Behind the Mask, also Part 26, bereits gesagt, dass das Buch noch nicht fertig ist und ich es demnach halt auch noch nicht weiter aufnehmen kann, als dass es halt hochgelandt wurde. Logisch. Ich möchte aber auch kein neues Buch anfangen in der Zeit, weil ich das andere, das alte, das jetzige halt, erst auch beenden möchte. Und ich möchte in der Zeit aber auch nichts machen. Auch nicht nichts machen. Also, ich möchte in der Zeit trotzdem was machen, so. Aber ich selber habe mir gedacht, okay, vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee, was man stattdessen machen könnte. Ich habe schon überlegt, so, jo, vielleicht einfach über irgendein Thema reden, denn ich rede sehr gerne über bestimmte Themen. Also, wenn ich halt ein konkretes Thema habe, auch wenn ich immer abschweife. Oder einfach irgendwie eine andere Idee, was man machen kann. Und da wollte ich einfach fragen, ob irgendwelche Ideen oder Wünsche da sind, keine Ahnung. Und das war es eigentlich auch. Also, da würde ich sagen, überlegt euch was. Ich kann jetzt meine Standardverabschiedung ab Modi, was auch immer, nicht sagen. Also, überlegt euch was, vielleicht, keine Ahnung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!